Hi und willkommen zu einem neuen Video von TechKarton und heute erzähle ich euch, wie wir von so etwas zu so etwas gekommen sind. Viel Spaß! Alles begann im Jahr 1897, als Carl Fettenland Braun die braunische Röhre erfand. Dabei handelt es sich um genau das, was unter dem Namen Röhrenbildschirm oder Röhrenfernseher wohl bis in die frühen 2000er in den meisten Wohnzimmern stand und in den Büros zu finden war. Simpel gehalten wird in der braunischen Röhre in einem Vakuum ein Elektronenstrahl gebildet, der gebündelt und dann auf einer Leuchtstreibe sichtbar gemacht wird. Jetzt lässt man den Elektronenstrahl noch einige Weile pro Sekunde, Zeite für Zeite übers Bild wandern und ta-da, fertig ist der kathoden Röhrenbildschirm. Wenn man ihn CRT nennt, ist das aber einfacher. In den 60er Jahren begann das Farbfernsehen seinen Vormarsch. In den USA ging das ein wenig schneller, die waren schon in den 50ern an der Reihe, aber dass bei uns in Europa alles länger dauert, ist man ja mittlerweile schon gewohnt. Das farbige Bild wird hier durch Additionen der Grundfarben Rot, Grün und Blau zusammengesetzt. Weiterhin wurden in den frühen 60ern die LED, also die Leuchtdiode, LCDs, also Flüssig-Kristall-Displays und Plasma-Displays erfunden. Während LCD-Displays ihren Platz bereits in den 70ern in Uhren fanden, konnten sich Plasma-Displays noch nicht durchsetzen. Der maßgebliche Vorteil der beiden Technologien gegenüber der Röhre ist, dass sie platzsparender sind. LCDs haben jedoch den Nachteil, dass sie aufgrund der LED-Hintergrundbeleuchtung recht schlechte Schwarzwerte besitzen. 1987 stellten mit der Erfindung von OLED-Displays, also Displays mit organischen Leuchtdioden, ein wichtiges Jahr dar, da OLED später noch von großer Bedeutung sein sollten. In den 80ern und 90ern wuchsen die noch höheren Fernseher an und man begann mit riesigen LED-Displays zu experimentieren. Manche davon konnte man wohl schon recht gut LED-Wand nennen. Nach der Jahrhundertwende wurde die Röhre fast vollständig vom Markt verdrängt. Die LCD-Technologie setzte sich gegen Plasma durch, die Auflösung der Displays wurde immer höher und mit modernen Smartphones wurden auch Touchscreen-Displays sehr beliebt. Heute geht der Trend hin zu hoher Pixeldichte. Es sind bereits mehr als 8 Millionen Pixel in herkömmlichen Computermonitoren möglich. Und die OLED- und AMOLED-Technologien konkurrieren mit den alten LCDs. Und OLEDs bringen einige Vorteile mit sich. Dunklere Schwarzwerte, sattere Farben sowie die Abwesenheit einer Hintergrundbeleuchtung sind nur einige davon. Doch was wird die Zukunft bringen? Habt ihr irgendwelche Ideen, wohin die Entwicklungen führen könnten? Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video Display-Technologie und ihre Geschichte ein wenig näher bringen. Das TechKarton-Team wünscht euch frohe Ostern und schöne Feiertage. Ciao!